Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Die neue Woche auf Schalke geht heute los und sie ist ja durchaus kurz, denn bereits am Freitag geht es ja für unsere Mannschaft weiter gegen die SV Elversberg. Dort ist vor allem auch die große Frage, ob Kenan Karaman, Asan Uedraogo fehlen könnten. Zu beiden Spielern gibt es sehr interessante und auch wichtige Personal-Updates. Ansonsten blicken wir auch nochmal auf unsere Innenverteidigung und das Duell zwischen Ibrahima Cissé und Tomas Callas und eben auch was Karel Gerrard so dazu gesagt hat. Und auch nochmal ganz gründer Blick auf Dominik Drexler und Deni Natsa. Da gab es ja bereits Gerüchte darüber, dass deren Verträge nicht verlängert werden. Nun gab es eine gute Leistung und direkt die Frage, gibt es denn vielleicht neue Verträge für die beiden? Auf all das und mehr blicken wir hier und heute bei den aktuellen S04 News. Legen wir es mal los mit dem aktuellen Personal-Update und dort natürlich auch vor allem der meiner Meinung nach wichtigsten Frage, fehlt Kenan Karaman länger? Denn laut der BATS ist auf jeden Fall unklar, ob Karaman Schalke in den kommenden Wochen und Tagen zur Verfügung stehen wird. Das ist Stand jetzt auf jeden Fall noch komplett offen und zeigt somit einmal mehr, dass die ganze Geschichte dieser Verletzung von Samstag sehr kompliziert ist. Es gab ja direkt nach dem Spiel keine genauen Aussagen dazu, deswegen konnte ich auch dort gestern noch kein Update geben hier auf Schalke Insight. Nun gibt es das aber, denn Karaman hat auf jeden Fall ein Stechen bei einer Drehung im Rippenbereich gespürt und musste deswegen ausgewechselt werden. André Hechelmann hat sich darüber nochmal gegenüber der BATS geäußert. Es hat ihn beeinflusst bei Bewegungen und Eratmung, deshalb musste er runter und deswegen ist es eben auch so schwer zu prognostizieren, wie schwer diese Verletzung jetzt tatsächlich ist. Also es könnte sein, dass Karaman Freitag spielen wird gegen Elversberg, es könnte sein, dass er in dem Spiel aussetzen muss, es könnte aber auch laut der BATS sein, dass er mehrere Wochen fehlt. Und das wäre sicherlich auch mit der härteste Verlust, denn wir reden hier über unseren besten Offensivspieler meiner Meinung nach. Zum einen, weil er eben in gerade mal sieben Zweitligaspielen zwei Tore erzielt hat, plus vier vorbereiten konnte. Und weil er eben jetzt auch in dem neuen System, in der Doppelspitze, eine sehr, sehr wichtige Rolle einnimmt. Deswegen hoffe ich sehr, dass Karaman fit bleibt und auch vor allen Dingen am Freitag gegen Elversberg spielen kann. Das wäre sonst schon echt ein enormer Verlust. Ansonsten musste ja auch Dominik Drexler gegen Nürnberg ausgewechselt werden. Es gab ja da die Auswechslung nach einer knappen Stunde, auch das war ja verletzungsbedingt, aber hier gab es auf jeden Fall Entwarnung. Er hat einen Schlag abbekommen, aber nichts Dramatisches. Und somit kann man hier auf jeden Fall davon ausgehen, dass Dominik Drexler topfit ist, am Freitag auf jeden Fall somit auch spielen kann. Und ganz interessant ist auch nochmal eine Aussage der Watz bezüglich Marius Müller, denn deren Reporter Robin Haag hat Folgendes über eine Rückkehr unseres Torhüters gesagt. Ich denke zur Wintervorbereitung wird er wieder da sein. Ich glaube aber nicht, dass er 2023 noch ein Spiel macht. Gut, sollte es eben dann auch so sein, dass Müller möglicherweise zur Wintervorbereitung wieder fit sein wird, schließt das ja durchaus auch ein, dass er in diesem Kalenderjahr kein Pflichtspiel mehr absolvieren wird. Trotzdem finde ich diese Prognose sogar durchaus positiv. Sollte Müller eben auch dann wieder zurück und topfit sein und möglicherweise wieder im Tor stehen können oder zumindest mal in den Konkurrenzkampf gehen können mit Ralf Fährmann, ist es sicherlich dann bei dieser relativ schwierigen Verletzung noch eine Ausfallzeit gewesen, die passt und die man dann auch durchaus so nehmen kann. Also auch bei Marius Müller gibt es Hoffnung. Aber unterm Strich steht für mich auf jeden Fall ganz klar diese Verletzung von Kenan Karaman, wo ich wirklich sehr stark hoffe, dass das nichts Schlimmeres ist. Eine schlimmere Verletzung könnte möglicherweise auch Asan Oedra Oko haben und genau deswegen könnte es eine erneute Wende in dieser ganzen Geschichte mit der U17 WM geben. Am Samstag ging es ja los für die deutsche U17-Auswahl Richtung Indonesien. Der Abflug war auf jeden Fall gegeben, aber schon da war ja klar, Oedra Oko ist nicht mit an Bord. Denn der eigentliche Plan war ja, dass er gegen Nürnberg im Kader steht, möglicherweise auch einige Minuten spielt und eben dann nachreisen wird zu U17. Aber all das ist jetzt erstmal verschoben, denn bereits gegen Nürnberg hat ja Oedra Oko wie auch gegen St. Pauli verletzungsbedingt gefehlt und konnte ja auch dadurch nicht spielen. Und somit ist eben auch durch diese Oberschenkelverletzung der bisherige Plan verworfen worden. Denn es soll nun eine weitere Untersuchung bei Oedra Oko gemacht werden, um eben auch zu schauen, ob er vielleicht schlimmer verletzt ist. Und sollte Oedra Oko für das Spiel am Freitag gegen Elversberg nicht fit sein, dann ist es auch quasi ausgeschlossen, da Schalke Oedra Oko zur WM ziehen lässt. Weil es eben ganz klar ist, dass er dann nicht fit genug ist, um diese ganzen Strapazen auf sich zu nehmen. Hechelmann hat sich dazu auch nochmal geäußert. Er muss fit sein, nur dann kann er dort helfen. Wir werden ihn gründlich untersuchen und dann entscheiden. Und somit könnte natürlich auch hier eine Verletzung aus unserer Sicht sogar ein gewisser Vorteil sein. Denn sollte er bei der WM nicht dabei sein können, nicht dorthin reisen können, dann würde natürlich diese enorme Belastung durch möglicherweise 5 Spiele in 15 Tagen wegfallen. Und er könnte damit dann auch nach der Verletzung wieder ausgerut für uns spielen. Aber, und das schwingt für mich am meisten mit, es wäre natürlich extrem schade für den Spieler selber. Karel Gerrads hat sich nochmal zu der Entscheidung vom Samstag geäußert, warum es eben auch dann nicht für den Kader gereicht hat. Asan hat sich heute Morgen nicht fit gefühlt. Wir müssen das Problem finden und vor allem beheben. Er ist ein wichtiger Spieler für uns. Und damit ist eben auch klar, dass diese Verletzung in einer gewissen Art und Weise auch verzwickt ist. Also auch hier gibt es, ähnlich wie bei Karaman, keine genaue Prognose über die Ausfallzeit. Und somit könnte es auch hier sein, dass Uedraogo fit genug ist, um gegen Elversberg zu spielen. Dann wird es sicherlich danach auch nach Indonesien gehen. Es könnte aber eben auch auf der anderen Seite passieren, dass er erneut nicht im Kader steht. Und dann eben auch die U17 WM unwahrscheinlich wird. Somit könnte es auf jeden Fall sein, dass Uedraogo bei uns auf Schalke bleiben wird in den kommenden Tagen. Es könnte hier eine erneute Wende geben in diesem ganzen Thema U17 WM und Abstellung von Assan Uedraogo. Ein sehr spannendes Thema, finde ich aktuell, ist ja dann auch immer wieder die Zusammensetzung von Karel Gerrads, was die mögliche Startelf angeht. Er hat ja bislang einigen Spielern wirklich auch eine Chance gegeben, sowohl von der Bank, aber eben auch von Beginn an. Und deswegen gibt es natürlich auch zum einen ordentlich Konkurrenzkampf und auf der anderen Seite auch ja schwer zu prognostizieren, wer jetzt teilweise so die Nase vorn hat. Gegen St. Pauli hat er beispielsweise Ibrahima Cissé den rechten Teil der Innenverteidigung eingenommen. Gegen Nürnberg hat dort er wieder Thomas Kallas gespielt. Und einige waren ja durchaus überrascht oder andererseits haben darüber diskutiert, warum es denn diese Entscheidung für Kallas und gegen Cissé gab. Und dazu hat sich Karel Gerrads nach dem Spiel auch nochmal geäußert. Ibrahima hatte in St. Pauli physische Schwierigkeiten, hatte nach 60 Minuten Krämpfe. Das hat jeder gesehen. Ihn drei Tage später wieder direkt spielen zu lassen, wäre zu gefährlich gewesen. Und somit muss sich sicherlich auch Cissé physisch einfach noch steigern. Denn erstmal generell nach einer Stunde schon Krämpfe zu haben, ist nie ein wirklich gutes Zeichen von einem Fußballer. Und zudem natürlich auch dann bei Cissé, der zuvor jetzt auch nicht allzu viel gespielt hat, wäre es da sicherlich wünschenswert, wenn auch er sich in die richtige Richtung entwickelt, was einfach die physische Herangehensweise angeht. Auf der anderen Seite hat er meiner Meinung nach gegen St. Pauli rein sportlich schon ein gutes Spiel gemacht. Am Ende hat sich eben Tomas Kalas durchgesetzt für das Spiel gegen Nürnberg, was eben auch vor allem an der Fitness von Cissé lag. Und mit Tomas Kalas ist Gerrads auf jeden Fall zufrieden. Ich bin sehr glücklich darüber, wie er sich entwickelt. Als er kam, war er sehr lange ohne Spielpraxis. Er braucht Spiele, um von Woche zu Woche besser zu werden. Heute hat er 90 Minuten durchgehalten. Und ich persönlich fand auf jeden Fall, obwohl ich immer Fan davon bin, junge Leute reinzuschmeißen, auch Cissé mehr Chancen zu geben, dass es Kalas vor allem auch jetzt gegen Nürnberg sehr, sehr souverän gemacht hat. Also ohne große Anfälligkeiten, ohne große Schnitzer, was eigentlich auch für einen Abwehrspieler das beste Zeichen ist, wenn da auf jeden Fall nichts passiert. Und deswegen kann ich es auf jeden Fall dann auch verstehen, sollte Kalas gegen Elversberg wieder in der Startelf stehen. Und am Ende wollen wir natürlich jetzt auch nicht jedes Mal die Startelf auf drei, vier, fünf Positionen verändern. Das haben auch andere wiederum gesagt. Das wäre ja eigentlich auch eine Option, weil Kaminski erneut teilweise unkonzentriert war, nicht gut ausgesehen hat, gegen Nürnberg ihn rauszunehmen und Kalas und Cissé spielen zu lassen. Könnte man mittelfristig sicherlich darüber nachdenken. Nachdenken aktuell halte ich das aber für unrealistisch und ich würde eben auch an dieser Grundbasis, Merkin links, Kaminski zentral, rechts, Kalas oder Cissé auch gar nicht mal zwingend etwas ändern, um sich eben auch nochmal umso mehr einspielen zu können. Gegen Nürnberg am Samstag hat ja Danny Latzer eine überzeugende Leistung gezeigt. Gegen St. Pauli stand er ja schon in der Startelf, auch da fand ich ihn gar nicht mal so verkehrt. Gegen Nürnberg wurde er eingewechselt, war sehr fleißig, was die Arbeit gegen den Ball angeht, was auch die Läufe in den Tiefern ging und natürlich hat er vor allem auch das Siegtor geschossen. Und zuvor, also vor dem Nürnberg-Spiel, wurde darüber diskutiert, dass vor allem auch bei Danny Latzer und Dominik Drexler die Zukunftsfrage nahezu geklärt ist. Deren Verträge laufen aus, eine Verlängerung ist nahezu ausgeschlossen. Und nun kam natürlich dann auch bedingt durch das Spiel gegen Nürnberg so ein bisschen die Frage, ob es vielleicht doch für unsere Routiniers neue Verträge gibt. Denn, wie gesagt, Latzer hat das Tor geschossen, hat ein ganz gutes Spiel absolviert. Drexler, auch wenn er mir manchmal zu oft das Tempo verschleppt, ist eben auch ein sehr cleverer Spieler, der unserem Mittelfeld aktuell sicherlich auch eine Hilfe ist. Und wie gesagt, aktuell sah es eben nicht nach einer Verlängerung aus. André Hechelmann hat zumindest mal die Tür nicht komplett zugemacht und sich folgendermaßen gegenüber der Watz geäußert. Ich bin mit allen Spielen in Kontakt, wir sprechen, tauschen uns aus. Wir haben eine Situation im Blick, aber klar, mit Toren und guten Leistungen sammelt man immer Argumente. Und trotzdem gehe ich zumindest mal bei Danny Latzer davon aus, dass wir hier nicht realistischerweise über eine mögliche Vertragsverlängerung sprechen werden. Denn dafür hat er einfach zu oft Verletzungsprobleme und ist eben auch mittlerweile in einem Alter angekommen, wo man auch dann einfach rein sportlich richtige Entscheidungen treffen muss. Natürlich sind das richtig gute Typen für die Mannschaft, die Schalke leben. Vor allem auch Latzer, gebürtiger Gelsenkirchener, der gibt alles für den Verein. Und trotzdem brauchen wir eben auch dann mal sachliche, vernünftige Entscheidungen, was mögliche Vertragsverlängerungen angeht. Und da macht das für mich auf jeden Fall bei Latzer keinen Sinn. Vielleicht wäre es für ihn nochmal eine Option, für die U23 irgendwie zu spielen oder eben andererseits im Verein einzubinden, weil das, finde ich, sollte man schon machen. Dass es aber auf Profi-Ebene über den Sommer hinaus mit ihm weitergeht, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Bei Drexler ist es nochmal ein Ticken was anderes, aber auch da gehe ich eher von der möglichen Trennung aus. Aber natürlich müssen wir auch darüber noch gar nicht so konkret reden. Reden kann man sicherlich dann auch eher nochmal über deren Leistungen, vor allem auch von Danny Latzer. Und da gab es auch nochmal Lob von André Hechelmann. Danny hat schon im Pokal gegen St. Pauli ein gutes Spiel gemacht. Er hat sich nach der Verletzung wieder herangekämpft. Das freut mich für ihn. Und auch Lino Tempelmann hat den Lob für seinen Mittelfeldkollegen übrig. Ich bin direkt nach dem Spiel zu ihm gelaufen. Ich freue mich extrem für ihn. Danny war verletzt, kommt rein und belohnt sich. Das ist toll. Und auch Karel Gerrads war auf jeden Fall zufrieden mit der Leistung von Latzer. Danny ist ein guter Spieler. Als ich hier angefangen habe, war er noch verletzt. Aber was ich nach seiner Rückkehr ins Training gesehen habe, hat mir gefallen. Denn Danny kann Fußball spielen. Und aktuell finde ich es auf jeden Fall auch ganz gut, dass man Latzer als Mittelfeldalternative hat. Zumindest mal um ihn von der Bank zu bringen, würde ich Stand jetzt zumindest mal deutlich lieber sehen als beispielsweise Paul Seguin. Und deswegen nicht verkehrt, dass Karel Gerrads hier weitere Mittelfeldoptionen hat. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu den aktuellen S04 News in die Kommentare schreiben. Checkt auch gerne nochmal meinen Stadion-Vlog ab vom Wochenende Nürnberg gegen Schalke. War ja ein sehr besonderes Spiel mit riesen Choreo, toller Stimmung und vor allem auch diesem wichtigen Auswärtssieg. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video.